WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR die Polizei durchsetzen. Deshalb sind die Albeder. Gegen eine andere Krankheit war für einen einzigen Eigentümer. Die Richter, Polizei und Politik sind eben auf Seiten der Besitzenden und Eigentümer. Die Bedürfnisse der wiederer und wiederer Säge sind ihnen egal. Großmari Ernst soll hier ohne zwanzig geräumt werden. Obwohl sie seit einem wilden Sanktuch schwerbehindert ist. Obwohl sie schwer krank ist. Obwohl ihr Angst hat. Der Sprecher der Wohnungsordnung ist der Konzert der Ablauf der Zutaten. Und schreckliche Zustand ist das Land der Gesellschaft. Die Strecke von Wohnungen und die Strecke können auch. Und man kann auch die Strecke von 2.200. 2.200 sollen in Schreie fahren. Das Recht auf Prozid bedingt unserer Gesellschaft höher als das Recht davor. Darum können Menschen, welche Wohnungen besitzen, wie die Liederinnen und die, die aufspringen, wie sie wollen. Aber auch ein nur so schwerer Konflikt, rechtsverlägt ist nicht, eine schwerbehinderte 67-Jährige auf die Straße zu werden. Wir haben ja schon nicht unendlich zu. Wir alle und schwanken Menschen. Wir werden vom Kriegsträger des Verlegigen auf die Straße gesetzt werden. Seid doch ihr solidarisch mit euren Nachbarn und Nachbarn. Heute tritt es deine Nachbarin und deinem Nachbarn. Aber gemeint sind wir alle. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Deshalb stehen wir hier mit der Vorderung. Für alle Folgen. Wir halten sich im H Freddy. Die B моchte, die Menschen. Das war ihr mit der Vorderung. Das war der Vorderung. Das war die Lose, die Menschen. Wir halten sich um das Unterricht und der Vorderung. Das war die Romanz. Das war der Vorderung. Das war die Vorderung. Das war die Vorderung. Das war die Vorderung. Untertitelung des ZDF, 2020 ...dass der Zähne, die hier werden sollen! Wachsordnung! Ist nur die Gewalt der Nächste an der Verdreuer! Auf Verdrehung an viele Gesichter! Modalisierung! Hohen Rufen! Mieterung nach links weg! Job seit der Zerrgelegen! Eingang und Handlungsfonds! Das alles ist egal! Oh nein! Oh nein! Von der anderen Seite guck mal ran! Aber hier ist es gesperrt! Ja, ja, so wie ich gehört habe. Die hatten gerade gesagt, dass sie um 7 Uhr die Wohnung schon verlassen hat. Von der Polizei wohl noch durchs Wegfahren ist. Um ihren Wohnungsflüschel abzunehmen, hat durchgesagt am Lautsprecher. Das heißt, sie ist weg schon, oder? Ja! Die großen Menschen bei der Blockade der Zwangsräume in der Lauteter Straße am 14.02. Und alle in die vielen Menschen bezeigen, dass Zwangsräume nicht mehr stille Reise mit Dürer gehen. Dass wir die Stadt nicht den Probedürungen überlassen, das ist solidarisch. Eine Stadt für alle Menschen. Da dürfen sie in der Rest der Probedürungen erklärt werden. Das ist eine ehrliche, kurse, kurse,, und die Flüchtlinge. Das ist eine ehrliche, kurse, und die Flüchtlinge. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.